Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Am heutigen Tag ist FC24, der Nachfolger von FIFA 23, erschienen. Wir werden heute unser erstes Spiel machen und in der Folgezeit euch einige Videos präsentieren, in dem wir insbesondere auf die Basics, also grundlegende Fähigkeiten, die ihr braucht, um bei FC24 erfolgreich zu sein, eingehen. In der letzten Folge haben wir euch gezeigt, wie wir rein mit der App, ohne dass wir das Spiel jemals gespielt haben, mit der Companion App, nebenbei quasi über 8000 Coins generiert haben. Und wir haben euch versprochen, dass wir damit ein Starter-Team aus der Bundesliga kaufen werden. Also ein günstiges Team, mit dem man von Anfang an konkurrenzfähig sein soll. Und das werden wir euch heute mal zeigen. Das Team hat, wie gesagt, nahezu exakt 8000 Coins gekostet. Kein Spieler hat dabei mehr als 1000 gekostet, damit man insgesamt mit diesem Budget auf die 11 Spieler kommt. Es gibt immer mehrere Auswahlmöglichkeiten, das hängt auch von der Formation ab, die man spielt. Das hier ist eine Möglichkeit, von der wir denken, dass man damit durchaus starten kann. Fangen wir mal an im Sturm. Da haben wir Geraldo Becker von Union Berlin genommen, insbesondere aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit, seiner Pace. Mit Sicherheit ein Spieler, der vorne für Wirbel sorgen kann. User Pharmokoko von Borussia Dortmund, ein kompletter Spieler. Den haben wir auch noch mit dem Hawke Chemistry Style bekommen, das ihn noch etwas schneller macht. Er wird dann den linken Part übernehmen. Das wird unser Sturm sein. Wir sind zentral in der Mitte. Da haben wir uns für Xavier Schlager von RB Leipzig und Arnold von VfL Wolfsburg entschieden. Beide sollten nach unserer Auffassung gute Defensivwerte mitbringen, nicht zu langsam sein, aber vor allem Zweikampfstärke besitzen und gute Defensivwerte, wie gesagt, in die Waagschale werfen. Auf den Außenbahnen, da ist es bei diesem begrenzten Budget schwierig, in der Bundesliga viel zu finden. Da haben wir auf rechts Ansgar Knauf, den man, seht ihr hier, für 450 Coins bekommt erworben. Der hat eine 86er Pace, die Außenspieler, für die ist natürlich Geschwindigkeit insbesondere von Vorteil. Und links, da haben wir dann Bülter von Hoffenheim verpflichtet, sodass wir hier etwas Geschwindigkeit bringen können. Ganz wichtig, mit das Wichtigste, das können wir euch nur empfehlen, auf das ihr auf jeden Fall schauen solltet. Das wären die beiden Innenverteidigerpositionen, je nachdem, vielleicht spielt der ein oder andere auch mit einer Dreierkette, mit drei Innenverteidigern. In der Regel spielen die meisten mit zwei Innenverteidigern und da solltet ihr auf keinen Fall sparen, denn die Defensive ist enorm wichtig. Und da haben wir mit Hincapi von Bayer Leverkusen und Klostermann von RB Leipzig zwei wirklich schnelle Spieler, zwei außergewöhnlich schnelle Spieler für diese Position verpflichtet, die auch sonst gute defensive Werte aufweisen. Auf den Außen Embabou und links der Benzebaini von Borussia Dortmund. Die dürften für den Anfang völlig ausreichend sein. Und in der Verteidigung, da haben wir mit dem Restchen Budget, das noch übrig war, dann die bestmögliche Wahl getroffen. Da haben wir Schwebe, den Torwart vom 1. FC Köln. Wie gesagt, alle Spieler haben maximal um die 1.000 rumgekostet, beziehungsweise weniger. Der Schlager zum Beispiel, das war glaube ich der teuerste mit 1.100. Da haben wir aber auch schon den Anker Chemistisch halt drauf. Ohne ist der nochmal wesentlich erschwinglicher. Also dieses Team bekommt ihr für 8.000 Coins. Das haben wir ausprobiert. Ja, weitere Videos zu Taktiken, welche Taktiken wir euch empfehlen können, mit welchen ihr rein starten könnt. Und natürlich die ersten Spiele, die wir mit dieser Mannschaft hier machen. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Und da kommen noch viele weitere Videos zu Taktiken, zu Skills. Die wichtigsten Skill-Techniken, die man im Repertoire haben sollte, werden wir euch erläutern. Ja, und jetzt gehen wir mal rein ins Spiel. Und in unserem nächsten Video werdet ihr davon von uns dann erste Bilder und Einschätzungen sehen. Bis bald! Und dann geht's. 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 Vielen Dank.